hallo und willkommen zu diesem neuen video in diesem video geht es mal wieder um energy das heißt das smart home system von energy das schaue ich mir jetzt noch mal wieder genauer an und ich habe auch schon ein passendes projekt wir haben diesen sommer richtig reingehauen und uns ein eigenes gartenhaus gebaut ja das zeige ich jetzt auch noch mal ganz kurz im bild und natürlich darf zu so einem gartenhaus auch eine entsprechende terrasse nicht fehlen das ist das irgendwie was wir sofort auch vor hatten und auch uns gedacht hatten dass da so eine kleine terrasse noch mal mit davor soll und entsprechend ja was fehlt natürlich oder was darf nicht fehlen zu einer passenden terrasse natürlich eine passende beleuchtung und das ist nämlich auch das thema diesen videos nämlich die beleuchtung für die terrasse selber aber erstmal geht es noch mal kurz um die terrasse weil wie baut man sowas eigentlich ist eigentlich gar nicht so schwer man muss sich nur einfach mal herantrauen einfach mal ja anfangen glaube ich was ich dafür gemacht habe ist einfach eine unterkonstruktion aus holz hierfür habe ich erstmal vlies ausgelegt damit halt kein unkraut durch wachsen kann durch die terrasse dann nachher selber auf dem unterbau hier habe ich jetzt extra verzichtet nicht nur aus zeitgründen sondern auch wir haben hier einen super festen sandboden der ist hier absolut verdichtet schon von haus aus mehr oder weniger rasen wächst sogar sehr schlecht und entsprechend ist es einfach so dass der untergrund eh schon sehr hart ist und darum muss ich ganz ehrlich sagen habe ich hier auf eine unterkonstruktion verzichtet und bin er halt direkt angefangen mit dieser fließ auslage damit halt kein unkraut durch wachsen kann auf dem fließ selber habe ich dann halt entsprechend die steine noch mal drauf gestellt beziehungsweise halt die ausgerichtet damit alles schön im lot alles in waage ist und darauf dann die unterkonstruktion gebaut für die terrasse selber steht die unterkonstruktion erst mal dann muss ich ehrlich gesagt sagen ist das schlimmste schon vorbei denn also ganz ehrlich das war eine scheiß arbeit und es hat auch echt keinen spaß gemacht die terrassen die ihn selber legen dann geht es aber richtig flott voran auch es hat zwar geregnet ohne ende an dem tag wo ich die terrassen die ihn selber festgeschraut habe aber es macht spaß denn man sieht auch schnellen fortschritt wie das ganze dann halt ausschaut an der einen seite der terrasse habe ich da noch mal eine einen bogen halt ja rein gesägt das ganze mit der stichsäge noch mal abgerundet und ich finde für mich also dafür dass ich das erste mal gemacht habe denke ich habe ich es eigentlich ganz gut hingekriegt ich bin auf jeden fall zufrieden ist dann die terrasse endlich fertig dann kann es halt losgehen mit der eigentlichen arbeit des schöner machens denn ich habe dafür einfach lampen installiert das sind relativ große die sind ungefähr einen meter hoch und diese dort noch mal installiert angeschlossen und ja am ende noch mal mit dem stecker versehen denn ich möchte ja hier in diesem projekt das energy system noch ein bisschen vorstellen und das hier mit rein bringen denn von energy gibt es ja die smart home zentrale mit der du ganz normal halt auch dein smart home zu hause realisieren kannst und das schöne ist das ist halt relativ einfach zu ihren zu installieren ist nicht nur weil die web oberfläche sehr schön gestaltet ist da können sich definitiv andere hersteller noch mal eine scheibe abschneiden sondern auch weil es einfach einfach ist und das will ich dir gleich noch mal ganz kurz zeigen denn wir starten erst mal noch mit einem anderen punkt hier und zwar geht es darum dass energy eine neue zentrale auf dem markt gebracht hat und zwar machen wir sie hier das ist die neue smart home zentrale von energy die ich hier mit ins betrieb genommen habe aber wenn du jetzt verwechseln möchtest hier von der alten zentrale auf die neue zentrale dann müsstest du das ganze noch mal mit dem assistenten machen den es halt auch online gibt und damit starten wir jetzt nämlich denn wir wollen die ganzen geräte und so weiter alles übertragen von der alten zentrale auf die neue das machen wir jetzt zusammen um jetzt von der zentrale 1.0 sage ich also von der älteren version der zentrale auf die neue zu wechseln habe ich erstmal die neue zentrale ebenfalls mit an strom gebracht und mit ans netzwerk angeschlossen das heißt die zentrale 1.0 die ältere und die zentrale 2.0 also die neuere zentrale sind beide mit dem strom verbunden und mit dem internet das ist das was ich jetzt als erstes gemacht habe und danach bin ich halt hier auf die energy smart home seite gegangen und habe mich hier eingeloggt alle möglichen geräte werden jetzt hier gefunden von der ersten zentrale aber natürlich ja logischerweise nicht von der zweiten aber da ist auch noch nichts eingerichtet wichtig ist allerdings auch noch dass bei der zentrale 2.0 hier dieses grüne led also dieses kleine lampe vorne mit blinkt ja wenn man die das erste mal mit an das netz bringt oder mit dem internet verbindet dann ist es nämlich so dass halt das ganze dann hier noch nicht richtig blinkt sondern es ist eher so dass halt das hin und wieder mal orange leuchtet und dann mal wieder aus geht und so weiter denn jetzt werden updates installiert im hintergrund ist dieser schritt also durch dann blinkt das ganze hier vorne und entsprechend können wir jetzt diese zentralen einrichten beziehungsweise alle geräte von der ersten zentrale mit auf die neue mit übertragen das wollen wir jetzt im gemeinsam machen dafür gehe ich hier oben auf den punkt einstellungen und finde hier unten nämlich einen punkt zur zentrale 2.0 wechseln da klicken wir jetzt mal drauf und hier habe ich als erstes mal ganz kurz noch mal den hinweis da das ja so eine multifunktionelle sage ich mal zentrale ist die hat mit mehreren geräten auch arbeitet das halt dieses energy modul mit drauf gesteckt sein soll das war bei mir aber auch schon der fall denn ich kann bald so die zentrale 2.0 von energy bekommen und entsprechend war das schon vorbereitet hier dann steht hier nämlich auch prüfen sie zuerst zentrale ist ausgepackt energy layer muss montiert sein habe ich alles schon gemacht also klicke ich hier auf jetzt wechseln und was jetzt auch schon in der zwischenzeit passiert ist ist nämlich dass hier die alte zentrale die ist schon ja entkoppelt das heißt diese ist auch nicht mehr so verwendbar denn hier sind die ganzen informationen jetzt schon gelöscht die ist zurückgesetzt und jetzt erscheint hier auch schon wieder der code zum einrichten von der zentrale die neue zentrale die blinkt immer noch hier grün das heißt die ist jetzt fertig zum einrichten und das machen wir jetzt hier nämlich als nächstes jetzt klicken wir hier auf dem bildschirm einfach auf weiter und kriegen jetzt noch mal die meldung dass wir das zusammenstecken müssen dabei jetzt sieht man es hier ja auch also das obere modul und das untere ist ja schon miteinander verbunden also klicken wir jetzt hier auf weiter und jetzt noch mal die hinweismeldung dass das ganze mit dem internet verbunden sein muss mit dem lan kabel und das netzteil ebenfalls daran stecken sollte auch das habe ich schon erledigt klicke also noch mal auf weiter und jetzt ist die zentrale mit dem internet verbunden und wird als nächstes registriert genau richtig denn das wird jetzt gekoppelt mit meinem account hier wie man hier oben auch sehen kann also hier noch mal auf weiter geklickt und nun kriegen wir noch mal die info dass halt das ganze hin und wieder auch orange leuchten kann aber auch diesen schritt habe ich hier schon übersprungen denn wir wollen ja ein bisschen zeit man hier im video jetzt auf der unterseite dort haben wir dann die seriennummer und den pin und das müssen wir jetzt hier an dieser stelle mal kurz eingeben darum schnappe ich mir jetzt hier in die zentrale und werde jetzt eben ganz kurz die seriennummer und den pin dort eintragen seriennummer und pin sind eingetragen die findet man auf dem kleinen aufkleber unter der zentrale und jetzt können wir das ganze auch hier registrieren so ist das gemacht kriege ich hier nämlich auch schon die hinweismeldung dass halt auch die konfiguration mit übernommen wird klicke hier und noch mal drauf auf konfiguration übernommen und jetzt sollte die zentrale bei energy halt registriert werden mit meinem benutzer account und ebenfalls sollen die ganzen informationen das heißt die geräte die hat schon angelernt sind oder auch halt irgendwelche programme und ähnliches das sollte mit übernommen werden auf die neue zentrale so jetzt sehen wir auch dass die zentrale wieder orange leuchtet und das orange leuchten ist immer ein zeichen davon dass die zentrale gerade neu bootet und das wird sie jetzt denke ich auch mal gerade erledigen oder machen jetzt hat sich ja wieder was getan denen die zentrale leuchtet jetzt nur noch grün und auch am bildschirm sieht man hier dass man jetzt mit dem persönlichen smartcode den zugang zu ihrem smart home freischalten kann das überspringe ich jetzt hier auch an der stelle das heißt ich möchte mein smartcode später einlösen und jetzt ist auch die einrichtung abgeschlossen das heißt alle meine daten sind von der alten zentrale mit übernommen worden auf die neue zentrale und kann das ganze hier noch mal mit weiter bestätigen und jetzt sind wir auch schon hier wieder ganz normal in unserer übersicht von unserer smart home zentrale von energy wir haben jetzt also die ganzen sachen von der alten zentrale das heißt die ganzen benutzer daten programme szenarien alles mögliche mit übernommen auf die neue zentrale und entsprechend können wir jetzt auch mit dem eigentlichen projekt hier zu hause noch mal starten denn ich möchte ja dass die lampen bei mir smart geschaltet werden das heißt wenn ich halt irgendwie über die terrasse laufe dann sollen die lampen ja auch angehen und das machen wir jetzt einfach noch mal ganz kurz zusammen hierfür lernen wir als erstes den bewegungsmelder an das mache ich einmal exemplarisch denn das anlernen oder der anlernen prozess ist super easy man muss eigentlich nur das gerät mit strom verbinden aufs plus klicken und dann zeige ich auch gleich eh nochmal und danach wenn das erledigt ist und die ganzen geräte die wir benötigen angelernt sind dann starten wir damit dass wir halt unsere eigene szenarie hier erstellen das heißt wenn eine bewegung erkannt wird dass dann auch das licht eingeschaltet wird und das machen wir natürlich alles noch mal kurz zusammen hier in diesem video das hinzufügen von neuen geräten ist super simpel eigentlich ich zeige das jetzt einmal exemplarisch hier für den bewegungsmelder denn eigentlich ist der weg oder wie es gemacht wird eigentlich immer das gleiche um jetzt ein neues gerät hinzuzufügen klicke ich oben einfach kurz auf das plus und kann dann auswählen was ich hinzufügen möchte entweder ein gerät ein neues szenario oder einen dienst wir wollen jetzt ein gerät hinzufügen und jetzt steht ja schon geräte werden gesucht tja das gerät hier selber kann aber noch gar nicht gefunden werden denn wir haben hier noch keine batterien eingelegt darum öffne ich das hier einmal ganz kurz und lege dann die beigelegten batterien einfach ein und schon sieht man was allerdings echt schnell ging dass hier der bewegungsmelder für außen hinzugefügt werden kann jetzt können wir dem noch ein ort hinzufügen das machen wir jetzt auch noch mal ganz kurz in dem hier unten auf orte hinzufügen klicken und haben jetzt hier die möglichkeit das ganze noch mal zu bestimmen wo halt das ganze dann hängen soll gartenhaus ist sogar schon vorgegeben hier was ich echt schön finde ansonsten hat man sicherlich auch noch mal die möglichkeiten anderen raum hinzuzufügen das ganze dann selber einzutragen aber wie gesagt ich nehme jetzt hier einfach das gartenhaus kann diesen ort noch mal ändern wenn ich den ändern möchte lasse ich allerdings so und auch hier kann ich noch mal den gerätenamen ändern ja ich bewegungsmelder reicht mir eigentlich so an der stelle als info und jetzt der gerät auch schon eingebunden ebenfalls steht jetzt noch mal welchen kategorien halt der bewegungsmelder hinzugefügt wurde einmal zum thema sicherheit ganz klar und für draußen klicken wir hier auf fertig und schon haben wir die bewegungsmelder mit eingebunden das gleiche machen wir jetzt natürlich auch noch mal kurz mit dem zwischenstecker den stecken wir einfach nur in die steckdose und auch dann wird er automatisch eingebunden allerdings ja das mache ich jetzt schnell sind jetzt die geräte hinzugefügt und entsprechend auch den einzelnen ich sag mal räumen hinzugefügt worden bzw auch den kategorien so können wir diese geräte nämlich auch hier unter home direkt aufrufen schauen wir einfach kurz bei der beleuchtung zum beispiel nach dann sehen wir hier auch schon beleuchtung terrasse für das gartenhaus und ich kann seit hier direkt dann einstellen oder auch wieder ausschalten ebenso kann ich natürlich auch hier unter dem punkt sicherheit nachschauen ob halt irgendwie eine bewegung erkannt worden ist beim gartenhaus oder nicht auch dieses wird mir hier nochmal dargestellt ich habe jetzt schon mehrfach das system beziehungsweise die oberfläche hier von dem energy smart home system gelobt und das loben geht jetzt weiter ist jetzt nicht irgendwie so dass ich das ein revolutionäres irgendwie system finde aber ich muss sagen dass es einfach ja recht simpel und einfach gestaltet ist erst recht für anwender die neu in dem gebiet sind und da finde ich es halt echt toll warum finde ich so toll ja zeige ich dir ganz gerne im kurz wir haben jetzt hier schon ein geräte angeleert im system und hier im gartenhaus darauf konzentrieren uns jetzt ja so ein bisschen ist ja die beleuchtung mit eingerichtet und der bewegungsmelder selber das heißt hier der zwischenstecker und der bewegungsmelder und diese beiden geräte wollen wir jetzt miteinander verknüpfen so dass bei bewegung das licht angeht das so der erste schritt den wir gemeinsam machen wollen und das kann ich jetzt auf zwei verschiedene wege oder zwei verschiedene arten machen ich kann nämlich hier einfach auf die beleuchtung zum beispiel klicken habe hier dann die geräte die dem der kategorie beleuchtung zugewiesen worden sind aber kann jetzt hier auch neue szenarien erstellen also programme und das kann ich hier dann zum beispiel machen hier ist nämlich auch schon vorschlag drin licht an bei bewegung wird der bewegungsmelder aktiv schaltet sich die beleuchtung für drei minuten ein klicken wir einfach drauf und dann können wir halt das ganze noch mal ein bisschen ja deutlich halt eingrenzen sage ich darum sagen wir hier bei der wenn bedingung müssen wir hier unser gerät noch kurz auswählen der bewegungsmelder vom gartenhaus also wenn eine bewegung erkannt wird von bewegungsmelder gartenhaus und hier hinter steht noch mal eine helligkeitsschwelle helligkeitsschwelle ist dafür da das ist ja auch schon ein bisschen dunkler sein muss draußen damit überhaupt der bewegungsmelder halt anspringen soll oder das melden soll dass das licht angeht wenn es tag hell ist dann möchten wir nicht dass das licht halt angeht darum kann man hier die helligkeitsschwelle noch mal definieren an der stelle und das ganze halt einfach hier mit dem schieberegler machen ich lasse es jetzt erstmal bei 50 prozent wenn ich später merke ach das ist mir irgendwie doch zu früh dass der bewegungsmelder schon angeht kann ich das immer noch mal einsteuern dann wenn wir halt die bewegung erkannt haben hier oben in dem wenzweig dann kommt halt das dann und entsprechend muss ich jetzt hier sagen wie lange überhaupt die leuchte halt angehen soll und darum kann ich hier schalte dann kann ich hier die leuchten auswählen und nehme halt hier dann terrasse wieder also von unserem gartenhaus weil das ja unser licht ist klicke dann hier wieder weiter und das licht soll halt eingeschaltet werden sofort und hier steht es in klammern hinter zeitverzögertes ausschalten von drei minuten nach drei minuten wird es dann wieder ausgeschaltet werden ganz automatisch kann hier auch auf die drei minuten noch draufklicken und das hier noch mal ändern und einen tag später das einsetzen oder so aber macht ja wenig sinn ich setze mal auf fünf minuten bei mir habt ihr soweit drin und jetzt wird halt die terrassenlicht also das terrasse nicht eingeschaltet und zeitverzögert nach fünf minuten wieder ausgeschaltet das hier unten das können wir einfach rauslassen das brauchen wir nicht also dass dem tun wir da nichts an der stelle darum einfach ignorieren hier an der stelle und können noch weiter klicken kann dem ganzen jetzt noch mal einen namen geben licht an bei bewegungen und kann hier ja auch noch mal dazu schreiben licht gartenhaus zum beispiel speicher mir das ganze und schon habe ich meine szenario hier erfolgreich ihr speichert und erstellt sind dann die einzelnen szenarien erstellt dann kann ich hier oben noch mal auf szenarien klicken und habe hier dann auch noch mal meine szenarien die erstellt worden sind und hier liegt an bei bewegungen für das gartenhaus dann kann ich das hier zum beispiel auch noch mal abändern wenn ich das möchte einfach hier oben durch das stift symbol und das ganze hier noch mal mit anpassen wenn ich das irgendwie noch mal anpassen will geht es hier einfach wieder raus und schon habe ich halt hier meine erstes programm oder mein erstes szenario wie es hier bei energy heißt erstellt eine andere möglichkeit ein szenario zu erstellen ist ja einfach über das plus hier oben klicke ich einfach drauf kann ich sagen ein szenario hinzufügen und habe hier dann auch wieder einige empfohlene szenarien zum beispiel auch bei beleuchtung noch mal und kann mir das hier einfach durchklicken mit den vorschlägen die hier schon drin sind aber ich kann halt zum beispiel auch sagen dass ich ein eigenes szenario erstellen möchte und das will ich jetzt an der stelle machen ich brauche jetzt erstmal wieder ein kriterium hier das kann ich hier im wenzweig errichten oder einstellen und kann jetzt hier dieses mal auswählen und mein kriterium soll halt eine helligkeit sein beziehungsweise sonnenaufgang und untergang das interessiert mich nämlich eigentlich noch mal mehr das heißt jetzt bei sonnenuntergang so dann möchte ich halt das licht eingeschaltet wird und ebenso finde ich ganz schön dass man hier den auslösezeitpunkt noch mal ein bisschen anpassen kann nämlich kannst du auch sagen zum beispiel ja 30 minuten vor sonnenuntergang oder einfach 30 minuten nach sonnenuntergang dieses kannst du hier noch mal konfigurieren und sagen okay ich eine halbe stunde nachdem hat sonnenuntergang war dann soll er erst das licht eingeschaltet werden das nehme ich hier nämlich so auch an klicke da noch weiter und habe hier dann meine zeitverzögerung schon drin vom sonnenuntergang und dann soll ja das licht eingeschaltet werden also hier klicke ich dann wieder auf dann denn dann soll eine aktion erfolgen und kann dann hier einfach sagen an und aus so recht simpel eigentlich das ganze habe ja auch noch mal verschiedene möglichkeiten das zu machen aber ich möchte nur dass etwas an und ausgeschaltet wird nehme dann hier wieder mein licht von der terrasse denn das möchte ich dann hier einschalten klicke auf weiter und muss dann noch mal sagen was überhaupt passieren soll an aus ist ja nicht so richtig definiert weil es kann ja an sein oder aus das ganze von der terrasse und dann ja das verhalten selber und das soll halten einschalten sein denn ich möchte ja das licht einschalten zum sonnenuntergang beziehungsweise eine halbe stunde danach kann hier auch noch mal zeitverzögertes ausschalten setzen das heißt es würde halt auch so möglich sein dass ich das ganze dann zum beispiel ein paar stunden nach sonnenuntergang automatisch halt ausschaltet zum beispiel an der stelle zwei stunden später klicke dann auch weiter und habe jetzt hier mein programm hinzugefügt das heißt bei sonnenuntergang dann soll halt das licht eingeschaltet werden klicke dann hier und noch mal auf weiter gibt dem ganzen noch mal einen namen licht ein bei sonnenuntergang und szenario beschreibung da könnte ich noch mal näher definieren und kann dem auch noch mal ein szenario also eine kategorie hinzufügen das setze ich hierbei beleuchtung speicher das ganze und schon habe ich mein neues szenario ebenfalls erstellt so dass das licht bei sonnenuntergang eingeschaltet wird möchte ich jetzt zum beispiel auch noch dass das licht nicht nur bei sonnenuntergang eingeschaltet wird sondern es soll dann um zum beispiel zwölf uhr oder kurz vor zwölf ausgeschaltet werden dann kann ich das hier ebenfalls noch mal im programm weiter definieren also bearbeite ich dieses noch mal und setze unten noch mal eine weitere regel hinzu und kann auch sagen dass ich dann wenn und dann hier eine zeit wiederum habe ein zeitpunkt und kann dann sagen okay ich möchte den zeitpunkt hier noch mal setzen und setzte den mal auf 23 55 als beispiel so das ganze dann jeden tag dann möchte ich dass das licht wieder ausgeschaltet wird also sage ich hier wieder oben an aus dann mein terrassenlicht und sage dann dass es ausgeschaltet werden soll speicher das ganze und schon habe ich alles in einem programm erledigt das heißt bei sonnenuntergang wird eingeschaltet mit einer kleinen verzögerung und beim zeitpunkt 23 55 jetzt hat ebenfalls wieder ausgeschaltet und so habe ich schon meine automatische programmierung hier drin wenn halt irgendwie nachts dann jemand doch noch mal rund läuft auf dem grundstück dann wird hat das licht per bewegungsmelder noch mal eingeschaltet und ansonsten geht zeit abends bis fünf vor zwölf soweit automatisch ein und auch wieder aus und so habe ich mit wenigen handgriffen hier in der übersicht oder hier in der oberfläche dieses programm erstellt bleibt jetzt also nur noch die funktionsprüfung das heißt funktioniert das ganze dann auch so wie ich möchte und ich denke das schauen wir uns jetzt auch noch mal kurz gemeinsam an denn wie man jetzt hier auch sehen kann in dem bild komme ich halt ins bild gelaufen und jetzt geht auch schon das licht selber halt an und genau so wollte ich das halt haben wenn halt eine bewegung erkannt wird vor dem bereich also vor der terrasse oder auf der terrasse selber dass dann das licht automatisch eingeschaltet wird und siehst du ja selber hier in dem video auch das ist halt ohne probleme klappt das ganze vielen dank an dieser stelle noch mal fürs zuschauen vielen dank auch an energy die mir die neue zentrale hier zur verfügung stellt hat und ja entsprechend freue ich mich natürlich auch wie immer über einen daumen hoch von dir solltest du noch fragen haben irgendwie halt was wissen wollen zu dem system hier selber oder auch irgendwie das system vielleicht selber bei dir schon einsetzen dann würde es mich freuen wenn das unten mal mit einfach in die kommentare reinschreibst wie immer über einen daumen hoch freue ich mich und wir sehen uns das nächste mal wieder bis dahin erstmal danke fürs zuschauen und